Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen Version 2.0 Version 2 allgemein. Eines gab es ja mal einen 17er. Habe ich persönlich nicht gespielt. Hier werden jetzt Kühler mal Stroh geben. Von seinem wertvollen Stroh. Von Feld Nr. 12 geerntet zum Beispiel. Ja, der Schnee ist weg. Das falte ich gerade so fest. Hat sich mit einmal verabschiedet. So, wir haben jetzt aktuell plus sieben Grad. Ja, und hohe Temperatur immer noch minus 1. Also wir werden noch nicht beginnen können mit der Aufbringung der Gärreste. Es kann sich aber schlagartig ändern, sobald das Symbol weg ist für Leute, wir können Stroh geben. Und, für Wichtige, das Kino ist. Der große Anhänger passt nicht durch. Und, äh, brrrrrrrrrrrr, das sage schon. Hab keinen. So. Das heißt, äh, jetzt kaufen wir noch Anhänger. Ich hab ja diese Fahrer-Rei gegen einen Keks ne? Wäsch ich sicherlich auch. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Traktor für die Bewirtschaftung. also naja traktor haben wir nicht da ich habe jetzt ein für die gülle ich habe ein für immer garage gehe mal durch jetzt der traktoren habe ich eigentlich 123 das sind diese kleinere traktoren also die die auch mal gülle fahren können als dünger und somit pflegebereitung das sind die etwas größeren den habe ich auch ach so den habe ich ja da okay da wäre so groß und stahl so dass das habe ich der wäre so groß und stahl und ist hier der passt dann nicht rein müsste ich mal probieren aber eigentlich nicht der zu groß viel zu groß müsste ich mehr probieren wir wollen jetzt ein ex einkaufen wie auch dann kann man mir gut alle alle stroh holen und dann noch für die mischung und so wenn wir hier ein stahl reinstellen oder wir kaufen und kein lkw wir gucken wir ihn haben was haben wir da schönes haben wir da schönes nichts dabei diverses das haben wir auch ach so das ist die maus der kann alles stapler dann wollte ich für die marsch haben für die diverses haben wir schönes die sachen die man oft hat weil ich weiß man hat dann müssen wir sagen wir brauchen ja ein eingefühl futter also für futter heißt es sollte nicht so klein nicht so groß sein und vor allem nicht so hoch zu hoch das problem dann kommt ja nicht im stall rein das wäre dann problem hier haben wir so ein paar schöne kleine so so einen großen mit mal anschauen und mal schauen und kaufen noch nicht unbedingt aber der wäre doch fast perfekt ne von der höhe her was geht rein das könnte maximal das wäre ideal für das war schon für die felderwirtschaft zum abfahren getreide ist ne und das wäre für den stall ganz gut ne dann wäre die erledigt so der mona starken traktor für der kostet dann auf farbe rot ja dann brauchen wir ein mittelstarken traktor und zwar einen schnellen schnell fände mittelgroß haben wir ausgewiesen so der wäre schnell gut der hat immer gut gearbeitet ne also mit dicken reifen dünn reifen normal das wäre so kommunal so ähnlich ne das wäre ausreichend dafür so 290 km h da können wir gucken ob wir entsprechend motor haben echt nur 62 war dann über 70 km h so was kostet der spaß können wir noch leisten ne gewicht braucht da keins gut und fast pleite so feldarbeit geht noch nicht feldarbeit geht noch nicht könnte man ja dings verkaufen ne da ist ja der größere da kann man auch für die feldarbeit nutzen und der ist jetzt auf der passen stahl rein nehmen wir nicht anders ist der konfigurieren wenn wir das bisschen ärgerlich haben wir eigentlich kauft hätten ja nicht geht aber der ist halt für alles einsetzbar ne auch für eine feldarbeit ne so der macht doch liebste sieht doch ganz gut aus dann können wir auch mal ganz was verkaufen und was nochfalls was verkaufen und so ne vom feld können wir was wegfahren so auf geht's richtung hof als erstes mal dann mit stroh einfahren und dann sehen neben stroh nach futtermisch reinbringen ne machen wir mal licht an dunkel ne das ist ja frühling aber der boden wird gefroren aber denkt man morgen ist ja soweit dass wir da ja beginnen können schon mit der gülle ausfahrt ne denn äh soja bohnen und sandblumen können wir erst aussehen wenn es plus 6 grad sind grundtemperaturmäßig 50 grad das ist noch nicht der fall so haben wir die werte 50 grad und 70 grad und 70 grad und 71 60 ja gut das passt noch grad so ja schön anhänger ne mhm das kugeln ja schön ne der gefällt mir der hat der kippt nicht der hat auch ein Förderbahnsystem und das ist für ein stall ideal ne und das ist auch eine schöne wiese Unkraut hat mir dann nicht überlebt das ist gut das ist mir auch egal Unkraut mähe ich so ruhig ne ja mähen ok wehtechnik ja gut dann wollen wir mal pumpen gelb pumpen ne jetzt können wir auch die silage erst reinbringen da wäre der anhänger auch ganz gut ne wäre es wir werden dann mal sehen auf den Stroh reinkippen ha 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 liegt noch Schnee äh können wir Wasser machen draus ja da haben wir Stroh erstmal rein fahren im stall und einen Ritt und dann werden wir sehen dass wir nicht Futter wahrscheinlich kriegen wenn da Stroh möglich bleiben sollte entweder zurück ins Lager oder rein zum äh zum Futterhersteller zum Futter zum Futter zum Futter zum Futter zum Futter zum Futter also flexibel ne hab deswegen so einen kleinen Taktor genommen dass wir schneller von A nach B kommen der andere Fendt ist noch im Acker und der wird äh sein für verschiedene äh Funktionen ne wie jetzt hier von A nach B fahren ne oh müssen wir eh verbrauchen nach und nach ein guter erst wir werden diesmal nicht viel Stroh kriegen also äh wir haben Feldnummer 42 einmal weit ausgesehen das wird noch äh knapp werden aber äh vielleicht kaufe ich mir noch ein Feld zu mit mit Stroh mal schauen machen das machen wenn man nicht die Welt verrückt das werden wir schon kriegen die Millionen schon aufbringen ne und zu Not kann man auch Stroh kaufen zukaufen aber manchmal machen wir Heu in Massen auf jeden Fall so viel dass wir unser Dings voll kriegen unser Lager und unser Schiff aber das passt genau ne also Luft immerhin 47.000 ne also das ist schon recht viel ne jetzt kriegen wir endlich mal richtig Stroh ha 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 da haben wir es ja da haben wir 200.000 brrrr so wenig ha 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 beziehungsweise noch so viel Platz ja und fahren wir zurück zum Lager was da ach unser Strom hängt in der Luft ha 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 jetzt sehe ich gerade ja gut das ist ja auch nicht ha 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 ja gut aber das geht nicht anders äh ich kann in diesem Gelände nicht so viel äh gut verändern kann es schon aber wie gesagt die anderen Dinger sind da ne oft fällt da nicht auf und den Augenblick ist es äh ungünstig okay ich kann mit leben so und da ja das andere nicht so funktioniert wie es funktionieren soll müssen wir halt nehmen was funktioniert ne das ist ja halt so deswegen das finde ich persönlich besser man kann dann die Gebäude selber auswählen ne was man einfachen Bauflächen zur Verfügung stellt sondern da und da könnte man bauen oder man hat halt äh man muss halt ja die Felder entsprechend nehmen und dann da bauen ne das ist ja auch so ne das ist ja auch so was muss man machen ne so wir müssen da unter oh das sieht schlecht aus das sieht grad schön komisch aus ne kleiner Traktor, großer Hänger aber guter Taschen so jetzt kann man mal richtig ja ne voll Schöpfchen ne nicht 20 mal fahren ne so so ja es ist gut 40.000 da lässt sich noch aufbauen ne also mit Deckel sogar und das muss ich noch ein bisschen angleichen bei Gelegenheit so so ist das auch erledigt jetzt kriegen sie ihr Futter Wahnsinn jetzt können wir doch stehen lassen die guten kurz mal gucken alt S die 106 Tiere ist unser neuer Stall jetzt haben die alles Stroh, Wasser und Futter und wir haben die erste Milch von 474 und unsere 5 Tiere haben die so zugelegt in der Woche haben die so zugelegt in der Woche nächstes Ziel 0,2 na jetzt hier haut ihr was nicht hin das sind unsere Bullen mal schauen was die nächsten Nacht sagt ne sind jetzt hier junge Tiere bei also ich habe ich weiß genau dass ich prinzip äh nicht ein jungen rindprinzip äh kalf hier rüber gefahren habe weiß ich genau und dazu habe ich hier plötzlich schon drei große und 2,7 Jahre alt das muss ich nicht verstehen jetzt das sind ja die männlichen Tiere und hier sind die weiblichen da sind die drei Kälber geblieben gut nicht nachdenken gut gut stehen lassen jetzt gehts los äh ja ja genau so liebes Genauer das soll es heute gewesen sein für die heutige Folge beziehungsweise ja 2,2,3 ne eine kommt noch dann sage ich mal tschüss und winke winke tschau ja das geht gleich weiter aber jetzt machen wir mal hier erstmal kurz Pause ich sage mal tschüss und winke winke tschau tschau ja normal ne dann sehen wir uns in einer knappen halben Stunde wieder denke ich mal ne wenn ihr wollt und Lust habt ich habe immer Lust zum spiel äh wenn ihr was habt zum kommentieren zum was dazu sagen ne also Anregungen Tipps Ratschläge immer gerne reinschreiben immer ganz gerne so wer jetzt YouTube Freund werden möchte muss man bitte erklären wie das funktionieren soll ok danke und tschüss tschau tschau bis denne tschüss 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 tschüss